So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. Eureke Krosserötig ist bei mir von der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag. Und eine kurze Nachfrage bei der Fraktion über den Kenntnisstand der Koalitionsverhandlungen, die jetzt aufgenommen werden. Da ist Die Linke natürlich nicht beteiligt. Traurig drüber? Natürlich, Regierungsbeteiligung ist immer schön, aber hat für uns in diesem Mal nicht gereicht. Gut, von der Seite her, es wird eine tolle Wahrscheinlichkeit zu Koalitionsverhandlungen und dann auch zu einer Koalition kommen. Was heißt das für Die Linke? Wie sieht Ihr Blick auf die vergangenen Wochen aus? Für Die Linke bedeutet die Arbeit im Landtag eigentlich immer das Gleiche. Wir stimmen nach unserer Haltung, nach unserem politischen Kompass ab. Wir werden uns darüber beraten, was das mit der Koalition, mit einer zu findenden Koalition macht. Das werden wir dann sehen. Der noch Ministerpräsident und der bald Altministerpräsident sein könnte, Bodo Ramelow, sitzt in ihrer Fraktion und hat im Zusammenhang mit dem Abstimmungsverhältnis ein Fairness-Abkommen zwischen der CDU und der Linke angeregt. Passiert es nichts in dieser Hinsicht. Das Fairness-Abkommen für die unserer Zuschauer, die nicht unmittelbar Bescheid wissen, die neue Regierung, wenn sie zustande kommt, hätte 44 Stimmen. Genau die Hälfte von 88, aber eine Mehrheit fehlt. Eine Stimme bedarf es und die sollte eventuell von der Linken kommen. Unter welchen Bedingungen? Die Linke hat nicht eine Stimme, die Linke hat zwölf Stimmen. Da sind wir alle ganz klar, da lassen wir uns auch nicht auseinander dividieren, wie sich die Brombeere finden wird, dazu stellen wird. Das wissen wir im Moment noch nicht. Fakt ist, so oft der Kooperationsausschuss, wie das jetzt heißen soll, auch nachrechnet, 44 gibt keine Mehrheit. Und das heißt für Sie im Umkehrschluss? Wenn es Mehrheiten gefunden werden sollen für Projekte, dann wird wohl auf uns zugegangen werden müssen. Es sei denn, man kalkuliert ein, alles mit der AfD durchstimmen zu wollen. Zuletzt gab es ja, Christian Schaft hat das ja im Rahmen der Landespressekonferenz der letzten gesagt, dass man nicht mit der AfD stimmen würde. Heißt ja im Umkehrschluss eigentlich, wenn die AfD Nein sagt, darf die Linke nicht Nein sagen. So war es aber gar nicht gemeint, oder? Nein, tatsächlich, wir werden unser Abstimmungsverhalten nicht von Rechtsextremisten abhängig machen. Wir werden nach unserem Kompass, nach unserer Haltung und nach unseren politischen Inhalten abstimmen und uns da nicht von Rechtsextremisten in einer Weise reinreden lassen. Also von der Seite her hat man vielleicht in den Reihen der möglichen Koalition schon zu früh sich gefreut, nach dem Motto, wenn die nicht mit der AfD stimmen, dann gibt es ja automatisch immer eine Mehrheit. Wenn man das Sondierungspapier liest, möchte man meinen, dass das Zählen noch nicht so weit gereicht hat, festzustellen, dass 44 keine Mehrheit ist und dass man für eigene Vorhaben eine Stimme der Linken braucht, wenn man sie denn nicht bei der AfD suchen wird. Und aus eigener Erfahrung einer Minderheitenkoalition kann ich sagen, man sollte sich in dem Fall mit einem Koalitionsvertrag nicht zu viel vornehmen lassen, sonst verkommt der schnell zur Belletristik, zur schönen Literatur. Bleibt die Frage, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind sehr sicher, dass man sich nicht auseinander dividieren lässt, das steht für jetzt. Was macht Sie so sicher, dass das auch für die kommenden fünf Jahre gilt? Ich bin Christin, niemand weiß, was der kommende Tag bringt, aber wir sind in der Fraktion gut und eng beieinander. Der Wahlkampf hat auch nochmal als Partei mit uns was gemacht, die Abspaltung des BSW hat mit uns was gemacht. Wir sind sehr eng und sehr auch inhaltlich beieinander. Das heißt, Sie sind gut mutig für eine konstruktive Oppositionsarbeit. Wie soll die aussehen aus Ihrer Sicht? Wir werden uns an den Inhalten, die uns bewegt haben, die wir in unserem Programm niedergelegt haben, in unserem 90-Tage-Programm niedergelegt haben, daran werden wir uns festhalten lassen. Daran arbeiten wir jetzt schon sehr intensiv und werden diese Sachen voranbringen in parlamentarischen Initiativen, in Anträgen, auch in Gesetzesvorlagen, die wir einbringen werden. Und dann müssen die anderen sich dazu verhalten. Ulrike Krosserötig von der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag zum Stand der Landtagsarbeit, wie sie jetzt kommen wird. Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020